Was dagegen, wenn ich mich... Nein, bitte. Und? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast gezögert. Hatten wir eine kleine Krise. Sieht so aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, sie sollte mein erstes in der Lebensmittel kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? Ja. Scheiße. Ich möchte Du bist so ein mieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Hört mir zu. Kann ich denn mal miteinander reden? Was willst du? Reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein. Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber.